Hallo, 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 ja, hallo Fräulein, ja, Barbarina, nein, Rossa, äh, Barbar, Barbarossa, ja, Barbarossa, ja, ja, Sagen Sie, ist der Gatte zu Hause? Nein? Hören Sie zu, gestern hörte ich mit Vergnügen, dass sie ihren Herrn Gemahl in der nächsten Zeit betrügen und das find ich kolossal, als ich dieses gestern hörte, dachte ich mir innerlich, mach sofort bei ihrer Färte, wenn sie klug ist, wählt sie dich. Einmal möchte ich sie küssen, gnädige Frau, einmal möchte ich es wissen, gnädige Frau, ich hauche einen Kuss auf ihre Lippen nur und mit dem Lippenstipp verwischt man leicht die Spur. Einmal möchte ich sie küssen, gnädige Frau, na einmal werden sie müssen, gnädige Frau, ob heute, ob morgen, weiß ich noch nicht ganz genau, doch einmal ist keinmal gnädige Frau. Na, hallo, ja, was sagen Sie, ob ich weg war, natürlich war ich weg, verreist war ich, ja, in Paris, ja, ach, die Stadt schon, sehr schön, ja, ja. Ich war dort, wie, ja, mit meiner Schwester, mit meiner Schwester, ja, ja, die ist dort, die lebt dort, ja, die wohnt in Paris, ja, das ist eine, eine echte Pariserin, ja, eine französische Pariserin, ja. Was? Na, bleiben Sie doch da am Telefon. Schöne Frau, vielleicht zur Probe, sagen Sie mir einmal zu, nicht, dass ich mich selber lobe, fragen Sie Ihre Freundin Lou. Hundert Anerkennungsschreiben lege ich zur Einsicht vor, wenn Sie fünf Minuten bleiben, flüstere ich dann in Ihr Ohr. Einmal möchte ich Sie küssen, gnädige Frau, na, einmal möchte ich es wissen, gnädige Frau, ich hauche einen Kuss auf Ihre Lippen nur, und mit dem Lippenstift verwischt man leicht die Spur. Einmal möchte ich Sie küssen, gnädige Frau, na, einmal werden Sie müssen, gnädige Frau, ob heute, ob morgen, weiß ich noch nicht ganz genau, doch einmal ist keinmal, gnädige Frau. Wieso? Untertitelung des ZDF, 2020